eine neue ausgabe aus der welt der eisenbahnen rail her behofft dass es euch gefällt fahrrad fahrrad zum neuen schloss herrenchiemsee auf der herreninsel erbaut ab 1878 unter könig ludwig dem zweiten die bauarbeiten enden mit dem tod des königs 1886 vorbild war das schloss versailles bei paris und 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 die fraueninsel mit dem kloster frauenchiemsee gründung bereits 782 die gebäude stammen weitgehend aus dem elften jahrhundert und 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 und